Hallo und willkommen, ich bin Mk3 und wie ihr seht, es ist natürlich noch mal Zeit für einen Podcast. Ja, jetzt wieder im Dezember geht's mal los und wir haben mal einen Podcast zumindest erst mal aufgenommen und mal gucken, wo die Reise uns hinführt. Heute begleitet mich der... Aken54, MR17. Freut mich wieder dabei zu sein. Aken54, Kenji, MR16. Freut mich auch wieder da zu sein. Ja, und natürlich Mk3 immer noch mit Meisterschaftsrang 27. Ja, ich bin auch mal wieder dabei, der Lord May und wünsche euch einen schönen ersten Advent. Genau, jetzt habe ich auch nicht hingeschrieben, dass wir uns vorstellen sollen, aber ist auch egal. Ansonsten können wir nur noch sagen, gerade zu der Einleitung. Am besten, komm Aken, erzähl mal, was hast du sonst so getan? Jetzt musste ich unbedingt Warframe sein, aber auch vielleicht. Na ja, innerhalb der Woche hatte ich nur eine kleine Reklamation zu erledigen. Ich habe mir vor längerer Zeit mal einen WiFi-Repeater geholt gehabt für zu Hause, allerdings wollte der nicht. Und in Sachen Warframe hat sich ein alter Bekannter von mir gemeldet und hat seinen Einstieg in Warframe gefunden. Na ja, okay. Okay, und da durfte ich mir natürlich einmal helfen. Gut, gut. War das deine Woche? Das war so weit meine Woche. Ja gut, dann bin ja ich dran. Was habe ich diese Woche gemacht? Gute Frage. Eigentlich habe ich... Also Warframe auf jeden Fall habe ich fast gar nichts gemacht. Nightwave habe ich natürlich versucht, so gut es geht, die Sachen zu erledigen, die ich konnte. Und neben Warframe habe ich mich halt um meine Techniker-Zeit gekümmert, habe mir am Freitag eine neue Tastatur und Maus gekauft, Black Friday. Und ja, sonst nichts. Tezo ist zur Zeit wieder so ein komisches Event, wo man irgendwelche Drachen killen muss. Das war's. Okay. So, ich übergebe mich mal quasi. Oder ich schicke da mir vorbei, direkt zu Lord May. Ja, ich habe nicht besonders viel gemacht, habe mich... In der Uni stehen bald die Prüfungen an, da habe ich so ein bisschen mich mit beschäftigt, überwiegend. Viel sonst zu erzählen gibt es eigentlich nicht. Okay. So, da kann ich direkt mal vielleicht lostreten, was ich jetzt die Woche getan habe, weil es mehr oder weniger das ist, was Leute schon auf meinem Channel auch sehen konnten. Und zwar ist ja durchaus mit dem letzten Update ja zumindest das Token Dog für Railjack und die Möglichkeit, Railjack eben, ja, das Ding eben zu bauen. Ja. Mehr oder weniger habe ich das auch getan. Und wie gesagt, die Videos mehr oder weniger überlegen alles, was ich eigentlich die Woche getan habe diesbezüglich. Und an der Stelle geht es nämlich auch schon los. Wir gehen von der Eindeilung direkt rüber zu dem, um das Thema nämlich gerade sein wird. Was nun? Ja. Und am besten fange ich mal kurz an, weil der Rest hat ja schon eben so ein bisschen durchblicken lassen, dass er nicht so viel getan hat bezüglich Railjack. Aber mehr oder weniger, ich fasse mal kurz zusammen, was gerade eben mit Railjack passiert ist. Wir haben jetzt, wie gesagt, ja halt den Token Dog bekommen und haben eben die Questreihe bekommen, um eben Railjack zu kriegen. Und vor allem, wir kennen jetzt Scythe. Das ist dieses, wenn man so will, der Schiffscomputer. Ähnlich wie Ordis eben auf unserem Orbiter quasi. Das ist halt jetzt der Kollege, der eben da zusammen, verbal zusammentreten will. Und jetzt, das ist zwar nicht schlecht gemacht, das ist auch sehr cool, dann kriegt man auch den Hintergrund mit und so weiter und so fort. Aber jetzt haben wir dort in dem großen Raum eben ein Schiff stehen, wo wir überhaupt nichts machen gehen können, außer drinnen auf und ab zu laufen. Was zwar toll ist mal, aber ansonsten nix. War der Plan nicht, dass wir dieses Jahr vor Weihnachten noch den neuen Krieg kriegen? Das soll einiges passieren, ja. Das war laut einigen Deathstreams so geplant, aber wir werden es ja im Verlauf des Dezember sehen, ob die das denn auch so hinkriegen. Weil die guten Leute von BE wollen ja auch irgendwann mal ihren Urlaub haben. Ich hätte es beinahe gesagt, sie sollten vielleicht erst mal arbeiten, bevor sie Urlaub kriegen. Weil das Problem ist, nein, das Problem ist einfach, jetzt werden wir mal kurz zurückblicken. Was ist denn jetzt mit Railjack oder vor Railjack großartig sonst noch rausgekommen? Wir haben Gwendal gekriegt, das Narkap-System umgestrickt worden und es sind ansonsten viele Zahlenschiebereien haben stattgefunden. Aber ansonsten... Ja gut, die Lichs, ja genau. Aber am Ende des Tages, wenn wir jetzt mal... Ich meine, Lichs ist jetzt einfach nur, dass ein Gegner uns auf den Sack geht, der uns zwischen Ressourcen klaut. Und wir können Waffen von dem kriegen. Wenn man es genau nimmt, ist da jetzt ja noch... Noch ist da noch nicht so viel dabei. Wahrscheinlich mit Railjack, wenn er seine eigene Flotte haben darf oder so Geschichten, dann wird die Sache deutlich interessanter. Vor allem, wenn er mehr Level steigen kann als nur Level 5. Ich meine, mich zu erinnern, damals hatten wir, glaube ich, bei der TennoCon, die haben gesagt, das wären Lich Level 25 irgendwie so spielerein. Oder zumindest mehr als 5, was wir jetzt montan gerade haben. Ich meine, das hat so ein System, was erst im Anfangsstadion ist und das wahrscheinlich hiernach interessanter erst wird. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo es eher so... Es ist halt neu. Und aber sonst... Ich meine, ich erinnere mich noch an die Zeit, damals in Warframe, wo es hieß, Hey, hier habt ihr mal eine neue Waffe, die ins Spiel gekommen ist. Hier ist mal ein neuer Warframe, dann haben wir irgendwann einen neuen Prime Access und dann kam irgendwann ein größeres Update. Momentan sieht es so aus, es passiert Wochen, Monate lang, scheiß gar nichts. Und dann auf einmal kommt ein gigantisches Update, wo die Leute sowieso nur maximal 10% mitkriegen, weil was neu gekommen ist. Und der ganze Rest fließt dann denen einfach vorbei und wird als... Ist scheinbar neu. Äh, abgenickt und das war's. Und dann fragen die Leute sich da spätestens drei Wochen... Äh, Leute, wann macht der eigentlich ein großes Update? Wann macht der eigentlich nochmal ein Update? Weil alles zeitgleich aufgeschlagen ist. Wie ich schon öfter sagte, gerade wenn DE plant, habe ich manchmal den Eindruck, die reden nicht miteinander in der Firma. Da heißt es nämlich plötzlich, oh, der Prime Access, können wir genau auf das Update legen? Wie wäre es damit? Und ich so, nein! Wie wäre es, wenn wir das ein bisschen mit wochenmäßig auseinander tackern? Weißt du, dass man sagen kann, jetzt kommt der Prime Access, da kommt ein neuer Warframe und da hinten vielleicht kommt mal ein größeres Update. Das ist ein bisschen auseinandergezogen, dass nicht alles so auf einen Stapel gestackt wird und, ähm, weiß ich nicht. Das ist einfach zu viel auf einmal und danach sagst du, ja, ist bekannt und uninteressant, weil es ist Schnee von gestern. Ich nenne sowas suboptimal. Das heißt, du hättest lieber alles so ein bisschen aufgeklastert, also zum Beispiel jetzt mal Kuva-Lich-System, dann die nächste Woche drauf, ähm, Melee-Update. Von mir aus auch zwei Wochen dazwischen, sodass man sagen kann, das kann sich mal setzen, das System, du sagst dir, okay, ich hab's jetzt gemacht und bevor mir anfängt langweilig zu werden, oh, guck, da ist was Neues. Und momentan ist es so, es kommt viel auf einmal, du bist erst mal fast geschellschockt von dem, was da ist, dann hast du dich so reingefriemelt und dann hast du, äh, weil du ja quasi alles auf einmal quasi auf dich sacken lässt, ist nachts, spätestens drei, vier Wochen sagst du dir, ja, äh, es ist mehr oder weniger, es ist nichts Neues mehr da. Obwohl das eigentlich Content vielleicht für mehrere Monate fast gewesen ist. Der ja dadurch, dass er auf einmal aufgeschlagen ist, sofort seine, sein Novum Neu zu sein, gerade wieder verliert. Und du fragst dich, wann's weitergeht mit irgendwas. Zum Beispiel jetzt, darf er einfach doof rumsitzen, ich weiß, ihr habt ja schon erzählt eben, dass ihr noch nicht so weit seid, jetzt gerade mit Railjack und teilweise auch nicht mal den Raum dafür gebaut habt. Aber wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, okay, ich hab mein Railjack hier, der ein oder andere, der mit Railjack später angefangen hat als ich, wird jetzt spätestens die jetzt kommende Woche mit Railjack fertig sein, weil, ne, selbst wenn er jeden Tag nur ein Teil der Mission macht, ist man spätestens in einer Woche damit durch. Und dann sag ich mir ein bisschen wie, ja, okay, und dann? Weil du gehst ja nicht jeden Tag da rein zu deinem Railjack und gehst den Streich und sagst dann, irgendwann darf ich nicht fliegen. Das wird ja nicht passieren. Oder doch? Unwahrscheinlich. Ja. Es gibt bestimmt jemanden, der das macht, aber... Ja, es sei denn jetzt jemand, der exploitet das jetzt gerade und deswegen darf er rausmarschieren. Aber ich seh da jetzt, wie gesagt, gerade, wie gesagt, damals war es wirklich so, ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich hab ja dummweise Videos jedes Mal dafür gemacht. Jedes Mal was Neues kam quasi, hab ich deswegen extra Videos gemacht. Und da war es quasi immer so eine gewisse Intervallmäßigkeit dabei, zu sagen, oh, jetzt ist mal was Neues, da ist mal ein Skin, da ist mal eine Waffe, da ist mal ein Drück-Skin, weil es ist alles ein bisschen verteilter. Und jetzt hatten die ja gemeint, oh, das Wort ist eher so ein bisschen, ein bisschen aufeinanderwerfen. Ich so, nee, mach das nicht. Weil aufeinanderwerfen ist einfach nichts Tolles. Das ist, hat... Witzigerweise, die Jungs damals von EVE Online sind auch davon weggegangen. Die haben gesagt, nee, wir machen keine großen Updates mehr, wir machen lieber kleinere, verteiltere und dafür dann öfter, weil das besser ist für die Allgemeinheit. Weil dann haben sie immer wieder was Neues zu tun, als zu sagen, wir werfen jetzt irgendwas dahin und dann sollen die Leute damit klarkommen, die nächsten paar Monate oder so. Natürlich vom Ablauf her jetzt gerade auch für Konsolen was rauszubringen, ist mir schon klar, warum sie großen Updates favorisieren, weil sie sagen, okay, wir müssen das große Ding für den PC fertig kriegen. Danach machen wir es eben für die anderen Konsolen soweit fertig und dann haben wir erstmal alles geschafft wieder für eine Zeit. Beziehungsweise, da müssen wir wieder bauen schon fürs nächste Mal. Aber jetzt für die Abwechslung im Spiel ist das ja absolutes Gift, weil das Einzige, was wir brutal neu kriegen im Spiel, ist so Sachen wie, ja, hier, jetzt nehmen wir Kuvelich natürlich, aber so Sachen wie hier in den Standard-Ingame-Events. Oh, hier, das Thermia schlagt mich tot. Oder dann hier die Ghule schlagen nochmal auf zwischendurch und dann kommt vielleicht nochmal ein Razorback zwischendurch aufgeschlagen. Das ist zwar total toll, aber das halte ich nicht für ein Event im Spiel, wo ich sage, ho, ho, so ein bisschen wie, ah, der ist schon wieder da. Weil das kommt so oft, so oft kommt Ghule und sagt dann, ah, ist der Ghule schon wieder da, ja, ah. Da gebe ich dir sogar recht, ich glaube. Entschuldigung? Ja, sag du ruhig. Okay. Darum kann sogar ich sagen, ich habe ja seit September erst angefangen und ich glaube, seitdem ich jetzt mit Warframe angefangen habe, waren, glaube ich, die Ghule drei oder viermal schon da. Wo ich mich jetzt frage, ich habe gehört, dass es zum Beispiel ein Event gibt, wo es dieses Argon-Scope als Mod gibt. Wann taucht das Event zum Beispiel auf? Das ist, wenn die Azubis aufschlagen vom Stalker normalerweise. Ah, okay. Das meine ich mich zu erinnern. Ja, das machen die immer so in gewissen Abständen immer. Und dann bist du da die ganze Zeit wie jeden, vor allem wenn du noch gar nichts hast davon, bist du wirklich da am Sitzen vor deinem Rechner und sagst dann, okay, wo tauchen sie auf? Und dann gehst du sofort da hin, weil die ja wahrscheinlich wahnsinnig oft umgehauen werden und dann verschwinden die ja sofort wieder und dann musst du wieder warten, bis sie neu irgendwo auftauchen. Ist ja nicht so, dass du jetzt da stundenlang farm gehen kannst und die verschwinden relativ fix jedes Mal wieder. Ja, das ist natürlich... Das heißt mal, du besiegst die und die haben quasi so eine Art mega, so ähnlich wie Raid-Bosser bei diversen, beziehungsweise ähnlich wie bei gewissen Mobile-Games tatsächlich so eine Art Meta-Lebenspunkt-Anzeige und jedes Mal gehen die ein bisschen runter, wenn sie eben für eine gewisse Anzahl mal aufgekillt worden sind in der Mission, kann man sagen. Das ist tatsächlich auch nicht neu. Ich kenne genug tatsächlich Mobile-Spiele, wo das System genau gleich ist. Aber davon mal völlig abgesehen. Wie gesagt, das sind zwar, ich meine, das sind tatsächlich Events, wo man sagen kann, die passieren wenigstens nicht so oft. Deswegen ist es nochmal was Interessantes, wenn die mal auftauchen. Nicht, dass ich jetzt unbedingt lossprinte, weil mal im Ernst, die meisten Mods sind ja mittlerweile genervt worden von denen. Wenn es nicht gerade Argon-Scope ist, aber zum Beispiel wie, oh, in a Maming-Strike, würde ich jetzt wieder sagen, ah, who cares. Den kannst du höchstens einmal mitnehmen, zu sagen, ich hab ihn jetzt einmal und dann kriegst man wahrscheinlich auch nicht mehr verkauft. Ich meine mich sehr zu erinnern, irgendeiner hat mal vor kurzem gemeint, der wäre vorher irgendwie jenseits der 400 Platinum gewesen und jetzt sind wir unter 100 Platinum langsam angekommen oder sowas, weil es hat nicht mehr der Mod für Nahkampf, sondern der bringt zwar was, aber die Notwendigkeit, den zu haben, ist auch deutlich in den Boden versunken, gerade mit den anderen Änderungen, vor allem im Nahkampf, der stattgefunden haben. Also wenn ich dann nochmal mich kurz einklinken dürfte für die Konsole, gerade für die, dass der Preis von Maming-Strike sogar über 600 gegangen ist. Einige haben den für 700, 800 in verschiedenen Marktplätzen reingesetzt gehabt und sind den dann einfach nicht losgeworden, weil entweder haben die Leute nicht das Platin dafür gehabt oder halt eben, ja, man braucht auch da schon den Mod irgendwie nicht mehr, weil viele Leute ohne den ihre Builds gemacht haben. Ja, aber das ist natürlich wieder bei Konsolen, das ist natürlich die Sache ein bisschen anders, aber bei uns beim PC war, ich bin mir gar nicht mehr sicher, war das der Mod, der sogar 1200 Platinum mal zwischendurch gekostet hat? Weil alle sagten, das ist das beste Ding seit geschnittenem Brot, so ungefähr. Und beim Ernst, die hat sich auch lange drin gelassen im Spiel, so ähnlich wie gewisse andere Sachen im Spiel drin gelassen worden sind. Einfach mal so zu sagen, ah, müssen wir jetzt nichts machen. Und dann später sagen sie, oh, das ist gar nicht gut. Und ich so, nein, wirklich, seit den Leuten, die es gesehen haben, ist es so über ein Jahr bekannt. Jetzt seid ihr endlich auch da drauf gekommen, dass es nicht okay ist. Ja, ich weiß, ich gucke gerade eine gewisse Sekundärwaffe an, so eine gewisse Kid-Gam. Hm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, was macht der Maming Strike? Sagt mir gar nichts. Also, Maming Strike war vorher gewesen, bevor das Update kam, was uns den Nahkampf verändert hat, sah das so aus, dass du einen Flat-Boost bekommen hast von 90% Krit-Chance auf die Nahkampfwaffe. Das heißt mal, wenn du vorher eine 5% Krit-Chance drauf hast auf der Waffe, war das dann 95, sobald du eben einen Slide-Attack damit gemacht hast. Also, was du gerutscht am Boden hast, dann geschlagen, wo du natürlich alle Typen um dich herum angreifst. Ja, dann war das eben ein wahnsinniger Krit-Booster, sei jetzt mal. Und das hat auch super skaliert eben sowas mit Blutrausch zum Beispiel. Weil der Blutrausch tut ja normalerweise 165% Bonus eben auf die Krit-Chance draufgeben. Ja, aber wenn du Maming Strike gemacht hast, dann war der eben nicht 5%, sondern eben 95%. Und von da aus geht dir die Rechnung los. Und dann sagst du auf einmal, holy shit, weil dann kannst du ja ewigfach diesen Krit-Value hier weiter nach oben schrauben, nicht wahr? Und ist ja doch so, dass wenn man eben 100% Krit-Chance überschritten hat, kann man auch die 200 immer überschreiten, dann 300. Und jedes Mal wird eben der Krit-Multiplier weiter erhöht. Und dann sagst du auf einmal, oh ja, vorher waren es vielleicht, wir nehmen jetzt mal gerade eine Waffe, die jetzt nach Mods vielleicht 5-fachen Krit-Multiplier hat. Das heißt, der Schaden wird mal 5 genommen. Und wenn du über die 200 gekommen bist, ist der Schaden immer 10. Nach den 300% sind es dann 15-fach und so weiter und so weiter und so fort. Deswegen kannst du halt wahnsinnig schnell eben dann dich raufschaukeln in Gefilde, wo du normalerweise nicht so schnell hinkommst. Und deswegen dann halt eben, dass auch mit Opferzahl und Nessene Wunde sehr gerne kombiniert wurde. Wobei Nessene Wunde jetzt nur für die Status war. Aber generell war das natürlich schon ziemlich böse. Aber deswegen wollte jeder davon weggehen, weil man eher, deswegen kam ja der Satz irgendwann raus mit Spin to Win, weil du hast einfach nur noch dieses Grutscher am Boden gemacht, weil du sagst, ja, das ist das Beste mit dem Mod zusammen, was du machen kannst. Ach, und deswegen war dieser Atarax da auch so extrem beliebt, oder was? Weil die Basis-Krit schon hatte, oder was, in dem Sinne? Nee, 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 es gab Peitschen, die besser waren. Nein, aber der Punkt war einfach, du hast eine relativ gute Reichweite gehabt, die ich irgendwie gemerkt habe, hat sie nicht mehr. Wie war's? Wenn wir schon beim Nerven sind, lass uns die Atarax noch kürzer machen. Naja, der 3-Meter-Dolch war da und natürlich... 2-Meter-Dolch, Entschuldigung. Genau, aber der Witz war jetzt einfach nur gewesen, dass du sagst jetzt, da war ja auch, weil es eben eine Schnibbelwaffe war, also mit Schnittschaden, sagst du, ah ja, okay, entweder kritisch sehr extrem, oder ich tue einen Riesenhaufen Verblutungs-Dot auf sie draufsetzen, wo du sie kurz Zeit später oben fallen. Naja, mäßig. Ich meine, du kannst halt... Ich meine, bevor du einen Dolch nimmst und dann mit zwei Typen vielleicht triffst, normal so rutschst du in so einen Raum rein, hast du damals den komplett in der Regel ausradiert. Also jetzt Normalraum, jetzt nicht eine Riesenhalle logischerweise. Aber du konntest immer sehr viele Gegner treffen und vor allem der Crypt-Multiplier geht ja auch... Also der Combo-Multiplier geht ja auch ratzfatz nach oben, wenn du eben sehr viele Gegner auf einmal triffst. Und so eine Peitsche mit hoher Reichweite, wie Stangenwaffen oder andere Zweienwaffen, war natürlich dann ein bisschen besser als, jetzt sag mal, so ein Einhand-Schwert, was für ein Glück hat das zwei, drei Typen getroffen hat. Aber das heißt, ich denke mal, früher war Slash-Meta oder ist es immer noch heute auch, jetzt nach dem Update? Jetzt auch nicht. Ich finde, du kannst immer noch Gegner verbluten lassen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt, ich gucke generell nicht so aufs Meta. Ich probiere halt aus, was funktioniert. Ich meine, wenn du immer noch stärkere Gegner hast, die verbluten immer noch wie vorher in der Regel. Wobei ich auch da irgendwo wurde was generfing im Schnitt. Aber generell, du kriegst Gegner noch tot damit, sagen wir mal so. Aber es ist halt anders als vorher, sagen wir mal so. Vor allem eben wegen der Möglichkeit zu sagen, oh ja, hier die Waffe, die skaliert mit dem Crit, da wird der schlecht bei. Sondern eher so ein bisschen, ja, stopp, 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 stopp. Vor allem, weil sie auch gedeckelt haben mittlerweile, dass du nicht mehr endlos viel Crit-Multiplier kriegen kannst. Wobei mittlerweile ist da dafür, komm, das skaliert ja mehr oder weniger höher als damals, wenn ich mich nicht verguckt habe. Weil damals warst du froh, wenn du, ich glaube, wenn du, oh, damals war es, glaube ich so, ich habe ein Video gesehen mal von einem, wo ich einfach mal gucken wollte. Der hat nämlich extra ganz kurz ein Video gehabt, wo er dann auf eine Million Hit-Counter draufkam. Und dann hat er siebenfachen Multiplier gehabt vom Schaden. Und mittlerweile ist das so, wir kommen ja über siebenfachen Multiplier in wenigen Sekunden rüber. Zum Beispiel, wenn wir blocken, wenn Green ist, schießen, zum Beispiel. Ja, ich wollte gerade sagen, gedeckelt ist es, glaube ich, laut Patch-Informationen bei zwölffachen Combo-Multiplikator. Ja, aber da bist du ja ratzfatz. Du musst ja nur, wenn genug läuft, auf die Schaden schießen, sagst du, okay, ich block jetzt mal kurz, biep, und dann siehst du dann, äh, Multiplier, 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 okay, Max. Weißt du, so mehr oder weniger. Das geht ja wahnsinnig schnell. Wie gesagt, es kommt drauf an, wer auf die Schaden gerade. Aber dadurch, dass die Blocken ja den Schaden komplett aufhält, ist es kein großes Problem mehr. Und danach kannst du vor allem Heavy-Slam-Attacke die Typen reinmachen, die sind wahrscheinlich das Forte im Arsch. Siehst du richtig schöne Explosionen und sagst einfach, oh, hier, das war ein Rot-Crit mit, ich hab die Zahl nicht gesehen. Egal, er ist tot. Tja, und so schnell kann dann ein Warframe eine Auslöschung durchführen. Wobei, meiner Meinung nach, da gibt's andere auch Optionen noch für. Es ist jetzt nicht so, dass die Peitsche als einzige Möglichkeit da war, nur, ich sag mal so, bevor du irgendwas anderes nimmst, außer Reichweitenwaffen, dann sagst du so ein bisschen, warum solltest du das tun? Ich meine, natürlich, wenn jemand Spaß daran hat und Hinderrücks lieber mit Döllchen abmurkst, konnte er tun. Aber wenn du jetzt sagst, ich will den ganzen Raum schnell wegmachen, nö. Da waren halt die gewissen Peitsche-Waffen mit ihrer scheiß hohen Reichweite einfach sensationell. Und andere Waffen waren eben, verhältnismäßig dazu, nicht ganz so optimal. Aber mittlerweile, wie gesagt, das ist ja alles Schnee von gestern. Mittlerweile ist alles Schnee von gestern. Mittlerweile bin ich jetzt tatsächlich mit der Galatine am Rumspringen und muss sagen, oh cool, ich kann jetzt einen Riesenhaufen Gegner vor mir in die Luft halten und weiter aufs Eindreschen und dass sie tot sind. Läuft. Nutze ich. Da habe ich natürlich auch mal diesen Wirbelspaß probiert. Problem ist aber, dass ich da einfach nicht mit klarkomme, dass ich zwischendurch einfach so taumelnd rumhänge. Deswegen bleibe ich einfach mal bei dem Temporial weiter, weil es tatsächlich lustig ist. Aber, wie du mal gerade seid, nee, aber jetzt war davon mal wieder völlig abgesehen. Also deswegen war damals dieser Mod so toll und hast du nicht gesehen. Aber mittlerweile ist das hier ein bisschen wie, who cares. Schade, dass man so Mods nicht irgendwie so als Plakette so an die Wand tackern kann, dass man sagen kann, okay, wisst ihr was, war eine schöne Zeit mit dir, aber du bist raus. So ähnlich wird man mit den Fischen machen können, müsste das auch dafür gehen. Wie war es? Friede deiner Asche, Mod. Friede deiner Asche. Du warst mal gut, aber jetzt bist du nur noch eine beschissene Schiffsdekoration. Also ich würde bei der Option dann definitiv meine Private Quarters mit was weiß ich wie vielen guten oder damals guten Mods zugetackert sehen, wie zum Beispiel gleich direkt über dem Fenster, Maming, Strike und alles. Ja gut, so schreckliche Mördermengen an Mods, die auch schon mal wären nicht völlig zertreten worden. Es gibt ja ein paar andere, so wie hier True Steel hat zum Beispiel doppelte Crit-Bonus gekriegt, von 60 auf 120 Prozent. Ich meine, mal ehrlich, 60 Prozent ist jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber 120 ist, wo eine Zahl so ist, ja, 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 das sieht interessanter aus direkt mal. Aber da müssen wir ja noch gucken, was in Zukunft damit passiert, weil sie hatten vor kurzem noch reingepatcht, irgendwie hat mich gelesen, da war was von wegen, dass sich Reavens auch ihre Crit-Chance, den Bonus verdoppelt haben. Und ich so, what? Weil wo kommt man damit hin? Ja, extreme Zahlen, würde ich mal sagen. Wie war das jetzt? Wir haben Maming-Strike rausgenommen, jetzt tun wir ganz viele andere Mods zum Spiel tackern oder was verändern, damit das semi-ähnlich ist vielleicht. Naja, aber damit mehr verteilt, dass du eben andere Sachen machen kannst. Mal gucken, was da passiert. Aber unabhängig jetzt mal dessen, weil auch die Sache ist ja noch nicht durch, aber auch dazu gibt es ja keine Neuigkeiten. Wer vielleicht jetzt gesehen hatte, den letzten Deathstream, den ich ja durchaus auch behandelt habe, wie war das? 120 Minuten, und das war mit einer der kürzesten Deathstream-Videos, die ich je behandelt habe. Also, was am Ende rauskam, weil es war kein Content da. Rebecca ist danach in der Mission rumgesprungen. Steve kam zwischendurch rein und hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt, weil er seinen eigenen Stream laufen hatte, wo ich sag dann, du hast deinen eigenen Stream, Livestream wohlgemerkt, und gehst dann in den Deathstream, wo du nicht dran teilnimmst? Das hat nicht geholfen, möchte ich mal gerade sagen, inhaltlich. Und da war sonst nicht so wahnsinnig viele Mengen an Informationen, weil ich hab ja den Eindruck, wenn da nur eine Person sitzt, dann ist die auch angehalten zu sagen, ich kann jetzt auch eine Mission weiterspielen, wer mir will mich aufhalten, und plötzlich wird das Video super lang, also jetzt was ausstrahlen, aber es ist nicht wirklich viel Information am Ende des Tages, die rausgehauen worden sind. Oder sie haben momentan auch wirklich nichts, was sie neu erzählen können. Vielleicht sind sie auch gerade überall am Stricken wie Geisteskrank, damit sie es vielleicht dieses Jahr alles noch hinkriegen. Ich hoffe es. Na ganz wichtig. Weil sonst, ja. War ja der neue Prime Warframe, wo sie es gesagt haben. Das war ja ... Wenn Rebecca schon sagt, dass eigentlich das Wichtigste im Video sei der Prime Warframe, sag ich mir, wow, ihr habt wirklich sonst nichts zu erzählen, außer der Prime Warframe, der vielleicht in 30 Tagen erst rauskommt? Und die Änderung von den Arschwings. Ja, genau. Dass die Leute, die vorher noch ihren Itzar benutzt haben, gerade die Krise kriegen, wenn sie ihr Harpune sehen, die sie gekriegt haben jetzt, wo sie sagen, alle, was ist das denn für ein Unsinn? Habt ihr das schon getestet? Also ich hab ja den Itzar eh nur nicht. Sagen wir mal so, es gibt genug Leute, die sagten, wie soll ich den jetzt lenken? Okay. Weil du ziehst dich einfach ratzfatz ins Ziel rein. Wo du sagst, man, ja, wait, what? Wenn du dich gerade Nahkampf da machen willst, ist es nicht unbedingt optimal. Sagen wir mal so. Oder wenn du das in den Plains benutzt, dann sagst du, uh, der Erdboden, Batsch, hängst du unten drin. Ja, oder wenn du dir mal eben kurz da mit einem Heavy Gunner packst, der fliegt wie die Walkür mal, also wie, wenn es die Walkür macht, fliegt der mal eben kurz, geh in den Himmel, in den nächsten See und futsch, ist er aber, pff, hast dann unten immer noch 20 Grenier, die dir den Art schwenkt, durch Löchern. Ja, aber davon abgesehen, aber was soll der Unsinn? Ich meine jetzt ernsthaft, das ist ja keine Kampfoption, ist ja nicht so zu sagen, und jetzt tue ich den in den Orbit schicken, und jetzt den. Was macht doch kein Mensch mit dem Arc Wing? Doch, mit Walkür macht's manchmal echt fun. Ja, 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 aber wenn du im Arc Wing über den Gegnerhorden hängst, sagst du ja, und jetzt picke ich dich raus, und jetzt dich, und jetzt dich, wo ich sag ein bisschen wie, ich meine, die D.F.s haben ja nicht umsonst gesagt, das ist eigentlich eine neue Antriebsversion von ihm zusammen, wo du so schnell, dass du schnell wohin kommen kannst. Aber den Vergleich hab ich ja schon mal angebracht mit dem, genau, da vorne ist jetzt, ich stell dich vor Top Gun, und die neue Waffe ist jetzt eine Harpune, damit sich schnell in den Gegner, in den gegnerischen Jäger reinziehen kannst. Da sag ich ein bisschen wie, warum soll ich das tun? Ja, weil du dich ja eigentlich selber killst, weil du dann aufschlägst. Exakt, du bist quasi deine eigene Rakete, die aufschlägt. Wo ich sag dann, das würde niemals jemand machen, der klar ist verstanden, es wäre. Ja. Vor allen Dingen, nehmen wir mal an, du überlebst es schwer verletzt, hast du immer noch 20... Nee, das ist dann eher Kamikaze, wäre das dann nicht Karakiri. Stimmt, Karakiri war ja nichts. Ja, und Kamikaze ist auch eher so dieses, ich mach mich tot, aber ich nehm euch schnittmäßig. Zumindest im 2. Weltkrieg. Das müsst ihr jetzt mal nicht eingehen darauf, wo das Wort ursprünglich herkommt, weil das ist ja eine völlig andere Story. Aber, das wäre jetzt die Sache schon zu Warframe. Und mehr müssen wir dazu eigentlich gar nicht sagen, hätte ich beinahe gesagt, weil mehr gibt es momentan noch nicht zu erzählen. So leichte, so, ich meine, wie gesagt, jetzt, so erst mal nach dieser Honeymoon-Zeit, wo du sagst, hey, das ist cool, hin zu, ähm, was mach ich überhaupt jetzt? Und dann auf einmal sagst du dir, nix. Ich meine, zumindest, natürlich, wir können einen Hidewave machen, wir können die weiteren Missionen machen. Leute, die noch gar nicht, ich sag mal, in Anführungsstrichen, einen Operator freigeschaltet haben, die haben noch jede Menge Vorsicht. Die haben noch einiges zu tun. Ne? Da ist es kein Problem. Aber für Leute, die jetzt warten darauf, dass was Neues kommt, die sitzen da da, so Däumchen drehen und sagen so ein bisschen wie, ah, ja, ah, 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 ne? Ja, wie ist es eigentlich, wenn dieses, Emissary heißt ja dann, dieser riesige Update, wo er dann kommen soll, Mit diesem Schlachten und was auch immer. Ne, war das nicht Empyrian? Oder Empyria? Ne, Empyria. Also eins von beiden. Emissary via Nightwave. Stimmt, ja, dann war es Empyria. Wird da die Geschichte dann eigentlich weiter gestrickt, oder ist die Geschichte dann bei? Das war New War, die Geschichte. Ne, ja, ist ein bisschen verworren gerade, ganz ehrlich gesagt, weil New War soll ja, hm, sein und auf jeden Fall, ach genau, genau, dieses Dingenskirchenparadox soll ja noch da was man hantieren. und ich glaube, das soll inklusive, ja, ich glaube, was? Das war The Doverian, äh, The Doverian, oder The Doverian, egal, wie es nochmal hieß, völlig lattes, eher fundes Wort. Aber dieses Paradox von den Zammel halt, und mehr oder weniger ist das die Stufe 3, so wie ich es jetzt verstanden habe, zumindest, ich könnte mich gerne als Besseren belehren, aber der dritte Teil von dem, was jetzt passiert gerade im Zusammenhang eben mit Railjack, weil Teil 1 ist, wir reden das Trockendruck, cool. Stufe 2 ist, wenn ich mich nicht vertan habe, wir dürfen endlich raus und rumfliegen und endlich mal Missionen machen und Stufe 3 ist, dann eben dieses, entweder ist es dann Empyrian oder es ist eben dieses Paradox, aber eins von beiden wäre es dann auf jeden Fall. Und danach soll irgendwie ja noch das andere dann kommen und, ähm, oder es ist auch alles zusammenhängend. Vielleicht ist das alles ein riesengroßer, ineinander verschlungener, äh, Wollknäuel von Sachen, die auf einmal aufschlagen. Ich würde es dir zutrauen, da wird es absolut unübersichtlich. Nach dem Motto, alles, alles zusammen auf einmal. Und wir nennen es, Empyrian Paradox. Juhu. Und dann sage ich mir so wie, what? Aber das heißt 2. Exakt, exakt. Ganz neues Spiel, ihr fangt wieder von vorne an. Ohne Beta. Ohne Beta. Wir löschen einfach mal alle Accounts und jeder darf nochmal neu von vorne anfangen. Yay! Und das Geld, was du ausgegeben hast in der Zwischenzeit, kriegst du nicht wieder. Doch, dafür kriegst du eine Glühwe. Nein, du kriegst einen Gutschein. Wenn du mehr als 300 Euro ausgegeben hast, kriegst du diese coole Glühwe für zwei Tage freigeschaltet. Genau. Und die heißt dann Dimwrit of the Year oder sowas in der Art, ja. Nee, aber wie gesagt, ich glaub ja nicht, dass alles in die Hose geht. Nur, wir gucken mal kurz, erlaubt mich kurz auf mein Nichtvorhandel auf dem Ärmel gucken. Ah, wir haben schon den, oh, 1. Dezember haben wir gerade ausgezeichnet. Und ich frag mich grad, wie die Eder das in diesem einen Monat hinkriegen soll. Spoiler, gar nicht. Wahrscheinlich. Das ist meine persönliche Annahme, dass es überhaupt nicht hinhauen wird mehr. Und all das, was wir gesagt haben, dass wir dieses Jahr das alles vorhaben, wird mal dezent. Wie war das? Ins nächstes Jahr verschoben und dann mit den Worten, wie war's, wann kommt's raus? Keine Ahnung, es wird behauptet noch vor Weihnachten. Und wir reden dann von Weihnachten 2020. 22. Das Datum wurde ja nie erwähnt. Oh, stimmt. Genau, wir können ja jedes Mal das sagen und jedes Mal wird's einfach ein Jahr später sein. Es wird überhaupt noch vor Weihnachten, wer weiß noch nicht welches. So wie der Flughafen in Berlin. Exakt, ja. Genau, wir nennen den einfach dann, wir nennen die Erweiterung dann einfach hier, wie heißt das? Ist das nicht bei Tegel irgendwas? Den Tegel soll er entlasten und heißt die Erweiterung. Ach so, um was, um was. Ah, okay. Dann nennen wir das eben das neue Update so, wie den nicht vorhandenen, wie den nicht vorhandenen Flughafen in Berlin. Das ist echt gemein, weil der, hallo, neun Jahre haben sie doch jetzt, glaube ich, sind sie zu spät und wie viele Millionen? Nur neun Jahre? Ach, das ist ja, das ist ja alles noch in der, in der, in der Dingenskasse drin. Das ist ja, Abweichung, ist ja auch niemand bezahlt worden. Standardabweichung, ja. Standardabweichung, das ist alles noch in der Toleranz, ne. Das ist alles noch in der Toleranz, ne. Wie war das, wie, wie die Maurer sagen, ja, solange, solange die Mauer auf dem Grundstück bleibt, das ist immer im grünen Bereich. Ist immer so wie eine Toleranzwerte, ne. Wenn die Toleranzwerte nicht mehr eingehalten werden, werden sie halt die, die Toleranzwerte erhöht, dass die Werte dann wieder reinpassen. Aber es gibt Limits, du tust nicht aus Mühe plötzlich Metern machen oder sowas. Sicher. Oder Kilometer. Ja, ich weiß, das wird man nicht machen. Nicht, wenn du Mühe hast, wirst du nicht auf Meter kommen können, das funktioniert nicht. So, jetzt habe ich aber endlich was, und zwar, wie wäre es mit Black Friday, denn wir erzählen einfach mal ganz kurz, was ihr vielleicht euch geleistet habt. Gerade jetzt, wo Steam zum Beispiel auch gerade was günstiger hat, und ich fange einfach mal gerade an. Ja, ich weiß, es ist nicht, bei Steam heißt das Ding nicht Black Friday, sondern war das Herbst Sale, also der Autumn Sale. Und da habe ich auch ein bisschen mal zugeschlagen. Wie war das? Zwei im Preis von einem, in meinem Falle. Und zwar habe ich mir einerseits nämlich geholt, und zwar Warhammer 40.000. Gladius. Relics of War. Ist einfach nur ein Strategiespiel von Warhammer, nur es war mir immer einfach ein bisschen arschteuer. Also, Verhältnis gesehen, weil die Leute haben so, äh, so nach dem Motto, es ist nicht Schiss, aber ist auch nicht super krass toll. Und da waren mir das über 30 Flocken immer ein bisschen voll. Und jetzt so um die 16, habe ich mir gedacht, äh, jetzt kann man sich das reinziehen, muss sagen, der Sound ist toll. Ich meine, ich habe zwar unglaublich auf die Fresse gekriegt in dem Strategiespiel, aber ansonsten, ist ganz nett gemacht. Ist zwar jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig tiefschürfend, aber allein schon züchten, die ich mit hüppelweise Gardsman oder mit Space Moon einfach gegnern über den Haufen schießen, ist bestimmt toll. Und das andere Spiel ist, man hätte es nicht anders gedacht, Warhammer 40.000. Inquisitor. Äh, Prophecy in dem Falle, nicht Martyr, weil das ist zwar jetzt gerade günstiger, aber ich habe einfach mal gesagt, mir okay, check mal dieses Prophecy an, weil du einen Techpriester spielen kannst. Ist mehr oder weniger wie ein Diablo-Spiel vielleicht, nur dass du eben dann im Warhammer 40.000 in den Versen hantieren bist. Und ich muss sagen, ich habe auch Martyr damals schon mir geleistet und direkt wieder zurückgegeben, weil ich dachte mir, die wollen mich verarschen mit dem Spiel. Weil ich kenne Neocore, ich kenne deren Spiele und Martyr war schlechter, als was sie normalerweise machen. Und mit Prophecy muss ich sagen, hm, die haben da gestrickt, die haben gemacht, die haben getan und das ist tatsächlich unterhaltsam. Vor allem habe ich die Schwierigkeit so hochgestellt, dass ich tatsächlich direkt gekillt werde. Wie war das? Nur mal so als kleiner Gimmick, weil die Schwierigkeit kannst du so hochstellen in dem Spiel, dass das Spiel lockerflockig zu dir sagt, du machst nur noch 5% deines Normalschadens, was nicht so viel ist, und die Gegner machen 600% Bonusschaden auf dich. Das ist nicht schlecht. Wie alt ist das Spiel? Das Prophecy ist tatsächlich gar nicht so lange her, als es rausgekommen ist. Nur eben, das Problem war gewesen, es ist ein DLC eigentlich, aber es ist ein Standalone DLC. Ist auch so 16 Flocken irgendwas im Dreh rum. Und der Gag dabei war jetzt eben gewesen, dass du, weißt du was, ich kann, weißt du was, ich versuch mal aufs Bildchen zu tackern, obwohl er es bestimmt nicht hinkriegen werde. Lachen wir kurz gucken, ob das funktioniert, ansonsten lass es lieber sein. Ah, ich lasse es lieber sein. Ich habe mich gerade festgestellt, da müsste ich ein paar andere Spiele reinmachen, die ich definitiv nicht in diesem Video versuchen werde, weil sonst fliegt mir sich gleich alles um die Ohren. Aber ja, es ist tatsächlich nicht verkehrt. Wie gesagt, für den Preis, habe ich mir gedacht, ist es für mich okay. Und es wirkt besser als damals, sage ich mal. Vorher haben sich Steuungen deutlich verbessert gegen den Unsinn, den damals gegeben war. Und generell, ich kann mich es nicht wirklich beschweren. Ich muss sagen, so ein vorsichtiges Daumen hoch, weil ich bin noch nicht so weit gekommen, aber das jetzt so, was ich spielen konnte, war schon fein, sage ich mal. Wie gesagt, nichts Tiefschürfendes, es gibt genug andere, auch womöglich Free-to-Play-Varianten vom Action-Rollenspiel, gerade wie das Pass-of-Exall zum Beispiel, was natürlich dann inhaltlich womöglich sinniger ist, wenn man jetzt wirklich langfristig viel Zeit investieren will. Aber für mich als 40.000-Fan sage ich jetzt, das ist für mich gut genug. Sagen wir mal einfach mal trocken so. So, und damit habe ich jetzt meinen, äh, Exkursion damit beendet und damit, wer hat denn sonst auch zugeschlagen jetzt gerade? Also, ich habe für meinen Teil auch in ein, zwei Bereichen zugelangt. Und zwar habe ich mir für die Switch auch erstmal quasi Nimm-Zwei-Zahl-Eins-Bundle zusammengestellt, bestehend aus Darksiders 2 Definitive Edition und, wofür mich wahrscheinlich viele hassen werden, Pokémon-Schwert. Warum sollte man dich dafür hassen? Ich habe früher auch sehr gerne Pokémon gespült. Naja. Aber nicht Schwert. Buh, buh. Nein, es geht schlicht und ergreifend um die Kontroverse, die es da um die Spiele gibt. Ich will es nicht aufwärmen. Ich denke mal, jeder kennt sie auch und gerade deswegen werden viele jetzt sagen, Alter, du bist doch ein langjähriger Fan. Warum kaufst du dir Game Freaks neuesten Schroi? Oh, okay. Ich habe, glaube ich, ich habe diesen komischen Rubin oder was, habe ich eh aufgehört. Also von daher weiß ich da gar nichts davon, dass es da Diskussionen gab oder gibt. Naja, gut. Ich will das, wie gesagt, hier nicht ausführen. Das ist, denke ich mal, nicht das Thema des Podcasts hier, aber es gibt einen Riesenwirbel um das Spiel, so viel kann ich sagen. Und eingefleischte Fans finden, dass was Game Freak da produziert hat, ist einfach Schrott, einfach nur Müll. Das kann man den Fans nicht zumuten. Aber... Wenn du das Thema schon ansteigst, kannst du es auch ausführlich formulieren, weil dafür sind wir in den Bereichen jetzt gerade. Aber um es vielleicht kurz zu machen, sofern ich... Du kannst mich ja berichtigen, falls ich falsch liege, weil ich normalerweise nichts mit Pokémon zu tun habe. Schieß ruhig. Du konntest von einem Pokémon-Spiel ins nächste deinen Typen mitnehmen, die du gefangen hast. Ja. Und... mehr oder weniger haben sie jetzt einen fiesen Cut gemacht und sagt dann, was ihr vorher gemacht habt. Es sind jetzt keine mehr Fangfakt gefälligte Vornamen. Ja, den Cut, den kann ich noch mal ein bisschen, sag ich mal, erklären. Und zwar gibt es jetzt inzwischen über 800 verschiedene Viecherlein, die du dir fangen kannst in den gesamten Generationen. Und es wurde mal eben kurz da es jetzt so viele sind und wir nicht mehr alle vernünftig animieren können, müssen wir einige rausnehmen, die dann in die nächste Generation nicht mehr reingenommen werden. Und ich teile da, wie viele andere, die Ansicht, dass Game Freak und die Pokémon Company dann einfach mehr Leute hätte einstellen müssen, die dann mit an den Animationen arbeiten, damit das dann wieder klappt. also Pima Daumen quasi, wie ich es fast verstanden habe. Also es ist einfach der Unmut, dass einfach was vorher passiert ist, einfach jetzt quasi, dass das Kind mit dem Bart ausgekippt wird und du sagst dann, aber, 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 ich hab das so lange, ja, vergiss es. Ja, außerdem wurden bei dem Spiel auch noch viele andere von den Spielern sehr beliebte Features einfach rausgestrichen und durch etwas ersetzt, was man so nicht unbedingt haben wollte und halt eben auch im Spiel selber die ach so groß angekündigten neuen Animationen, die man da drin hat, sind alles andere als neue. Man sieht ja schon auf YouTube viele Let's Plays von Spielern, die das Spiel schon haben und du kannst ganz klar erkennen, dass einige Animationen sogar schlimmer sind als von den allerersten Pokémon-Spielen. Einige haben sogar schon den krassen Vergleich gezogen, dass zum Beispiel für die Nintendo 64 das Spiel Pokémon Stadium um Welten bessere Animationen hatte als Pokémon Schwert und Schild. Und das will dann ja schon was halten. Zeils wollen Samms verschlimmbessert, aber wollen nochmal Geld dafür haben. Erinnert mich irgendwie an FIFA. Ja, genau. Okay, aber jetzt nur damit wir es bei Kobo umrissen haben, nicht, dass du sagst, da ist eine Kontroverse passiert und wir sagen nicht, was für einer, da können wir es mit zwei Sätzen erwähnt haben. Jetzt weiß ungefähr jeder, worum es geht, aber ja, okay, du hast es ja gekauft. Mein Gott, du unterstützt die halt. Jetzt sag mal bei, wie war das? Das ist dein Grab, was du dir schaufelst, aber hey, ist es... Ja, ich habe mir auch gesagt, ich werde das Spiel nicht zum vollen Preis von 60 Euro kaufen. Das ist mir, das dann bei der Kontroverse auch nicht wert. Ich habe mir aber auch wiederum gesagt, na, wirklich hundertprozentig urteilen kann, wenn du das Spiel auch selber gespielt hast, nicht immer nur gesehen hast und habe mir deswegen gedacht, komm, beiß du in den sauren Apfel, holst dir das Spiel und bildest dir dann nochmal eine konkrete Meinung mit den Infos, die du dann gesammelt hast. So, geht weiter mit Kenji. Was hast du denn geleistet, wenn überhaupt? Also, ich habe mir eine neue Tastatur und eine neue Maus geleistet, weil meine Tastatur, die ist schon, also meine alte Tastatur, muss ich ja jetzt dazu sagen, die war, glaube ich, jetzt schon 15 Jahre alt. Das war so eine Standard-Tastatur, die bei so einem Mediamarkt-vorkonfigurierten PC dabei war. Mhm. Und da habe ich mir mal gedacht, Black Friday, ich gönne mir mal was und habe mir die Rocket Vulcan, achso, darf ich das überhaupt sagen? Shit. Ich glaube, wir machen keine Werbung dafür sonst. Ich meine, wenn du sagst, du hast es dir gekauft, hast du dir gekauft, fertig, aus. Okay, gut. Dann die Rocket Vulcan 121, IMO habe ich mir geholt. Ich kenne das Ding zum Beispiel überhaupt nicht, aber es hört sich interessant an. Und meine Maus, da war die rechte Maustaste kaputt. Das war jetzt natürlich beim Warframe-Spielen immer ein sehr, sehr, sehr doof. Moment, Moment, Moment. Das war jetzt nicht, nicht die neue Maus war jetzt kaputt, oder? Meine alte Maus ist kaputt. Achso, die alte, ich wollte gerade sagen. Neue Maus habe ich mir gekauft und dann, da war die rechte Maustaste kaputt. Das wäre doof. Jetzt ist es glaube ich, warum es billiger geworden ist. Und habe mir dafür dann halt auch noch eine Rocket Cone, einen Cone-Eimer gekauft, noch zusätzlich. I see. Genau. Das war aber auch eigentlich das Einzige, was ich mir gegönnt habe, jetzt bei der Black Friday. Wobei, gerade wo du das mit der Tastatur sahst, ich gucke gerade auf meine Logitech runter, die unter 10.000 Schichten Staub gerade so vor sich her kriecht und sage mir, oh wait, du musstest dir sowieso schon lange mal eine Tastatur holen, eine neue. Zumindest eine, die vor allem nicht so laut Krach macht, wenn man beim Aufnehmen ist, weil die meine macht, wenn man immer gewisse Knöpfe drückt, so Klick-Klick-Geräusche, sage ich mir, ich könnte da noch echt eine bessere bevertragen. Ich wollte gerade sagen, die Gaming-Tastaturen von Rocket, wären das nicht irgendwann Digitale-Tastaturen, die also einen digitalen Tastaturdruck haben? Also die Rocket Vulcan, die ich jetzt gekauft habe, das ist eine mechanische mit diesen speziellen Titan-Switches, die ja von Rocket irgendwie direkt entwickelt wurden. War das nicht die Spielerei, dass man auch gerade bei den mechanischen vor allem, aber doch nicht irgendwas herbeitackern konnte, dass sie ein bisschen gedämpfter sind und deswegen leise werden? Das weiß ich jetzt eigentlich. Hat mir damals irgendeiner mal erzählt, dass man das bei mechanischen machen könne. Ja, okay. Wie gesagt, ich habe die jetzt erst seit dem Freitag und bin jetzt gerade so ein bisschen am rumtesten. Das ist natürlich, mit der Gefühl her ist es jetzt natürlich anders als diese 0815-Digitale, die ich vorher hatte. Solange nicht das alte besser dich anfühlt, das ist neu. Ja, das wäre natürlich scheiße. Ja. Gerade wenn du so billige Logitech-Mäusen hast, in Anführungsstrichen, und kaufst du dann von Zammelraiser irgendwie sowas und sagst dann, ich komme mir gar nicht, klar, ich gehe nicht mehr mit Logitech. Ja, wobei die Logitech-Dinger ja eigentlich gute Qualität sind häufig. Ja, aber wir reden von einer Maus, die 5 Euro gekostet gegen eine, die das XXX-V gekostet hat. Und da sage ich ein bisschen wie, irgendwo hat der eine von beiden nicht irgendwie, es lohnt sich nicht, sage ich jetzt mal gerade. Wobei, wie gesagt, ich habe mittlerweile ja auch eine mir geleistet von einer Firma, die es nicht mehr gibt. Also die habe ich mir nicht geleistet, aber das war das letzte Maus, die ich mir geholt habe. Das war hier diese, ich sage mal, wie war es, Transformer-Maus, hätte ich bei der gesagt. Die kann sich in der Tastatur wandeln. Nee, nicht ganz. Aber du kannst sie halt so auseinanderschrubbeln, damit die andere, für andere, größere Hände vielleicht auch gedacht ist. die so offene Teile überall hat. Irgendwas mit Red, kann ich nur noch drauflesen. Keine Ahnung, was das Ding war. Aber das fand ich trotzdem lustig und das funktioniert das Ding, weil da gab es damals immer das Problem, dass die etwas billigeren auseinander kaputt gegangen sind und ich habe witzigerweise von der Bauweise exakt die gleiche gekauft und bis jetzt ist noch nichts dran passiert. Ich meine, die sieht zwar fies aus, aber ich meine... Wahrscheinlich wirfst du nicht die ganze Zeit durch den Raum. Vor allem, die ist schwer. Im Gegensatz zu einer Mäuse ist die relativ schwer, aber die rutscht auf den Tisch wie auf Glatteis quasi. Deswegen ist das eigentlich relativ angenehm, das Ding. Aber, aber, ich weiß auch gar nicht, wie das Ding hieß. Ursprünglich mal. Ist auch voll egal. So, aber das auch, das müsste ich mir, wobei, vielleicht eine Ersatzmaus, falls die irgendwann mal kaputt, doch mal kaputt gehen soll. Vor allem, weil die Firma es ja nicht mehr gibt. Mal gucken, ob man die irgendwo herkriegt noch. Das ist eine Ehe. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich wollte halt mal jetzt mal Rocket ausprobieren. Mal gucken. Ja, warum nicht? Ich kann euch ja mal Bescheid geben, wenn ich es eine Woche, zwei Wochen testen kann. Genau, du kommst mit deinem Test wieder und sagst dann, das ist Schrott. Also eine Dampfwalze überlebt das Ding nicht. Schrott. Also, die Tastatur ist ja jetzt zum Beispiel Alugehäuse. Da bin ich mal gespannt, wie das so nach ein paar Wochen, Monate, schräg, schräg Jahre aussieht, das Alugehäuse. Ich glaube, das verstoppt genauso wie der Rest auch. Vermutlich. Sowieso, wenn man nicht so der Putzwahn hat wie ich. Ja, wobei mit Alu weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht. Damals gab es doch mal den dezenten Hinweis. Ich meine, natürlich, du isst von einer Tastatur aus ja nicht. Was? Ich meine, normalerweise. Ich meine, lange zwar meistens essen, aber das ist nicht mehr zum Essen danach wahrscheinlich. Aber deswegen Alu, ich bin ja immer so ein bisschen, wo ich sage mittlerweile so, ah, Alu muss nicht unbedingt sein. Ich weiß ja nicht, ob der das, ich habe immer noch den Eindruck, dass viele Leute da mitgekriegt haben, aber Aluminium ist gerade in Verbindung mit Essen nicht so eine gute Idee. Ja, nee. Ich finde das nur lustig, die ganzen Fernsehköche immer noch sagen, oh, ich stecke das jetzt mal mit einer Alufolie ab. Den Fisch backe ich in Alufolie. So ein bisschen wie, stopp, hört auf. Lass das. Get some help. Ja, get some help, ja. Get something else, jetzt sozusagen. So, ja. Aber wie dem auch sei, wie gesagt, erzähl uns dann mal, was du gelaufen bist oder sagst dann, ich habe sie zurückgegeben. Und dann Lord May, was hast du denn noch getan? Nichts. Jetzt gerade gar nichts. Ich habe ultimativ Geld gespart. Du hast ultimativ Geld gespart, dem du gar nichts ausgegeben hast. Das ist ein Warframe reingesteckt. Nee. Du hast es in, lassen wir es lieber, bevor ich das ausformuliere, weil es mir gerade eingefallen ist. So, soviel ist es ja Black Friday und ich würde sagen, weißt du was, wir haben eh nicht so viele Themen gehabt heute, aber weißt du was, am Anfang des Monats auch gerade eben irgendwie nicht so viel Tolles aufgeschlagen ist alles in allem gesehen. Wo man jetzt nicht jetzt sich den Mund lange zerreißen konnte. Ich meine, Hammer habe ich getan, aber ich meine jetzt, ich meine, mehr macht es in meinen Augen keinen Sinn. Wie war es, Energiesparen und lieber was anderes tun, sage ich dann. Und Abschluss, hat noch irgendjemand was Wichtiges vielleicht vom Stapel zu lassen, wenn er gerade so dabei ist? Nö, ich habe nichts, sondern nicht Wichtiges, außer dass ich mir Gedanken machen muss, dass ich nicht vor Langeweile in Warframe sterbe. Du hast doch noch ein paar Sachen vor dir, oder nicht? Oder hast du schon alles, was man kriegen kann? Es gibt nur ein, zwei wenige Sachen, die ich noch machen muss, wie zum Beispiel die The Mask of the Revenant Quest, aber ansonsten bin auch ich in Warframe mit so ziemlich allem durch, was die Switch aktuell haben kann. Achso, du wartest ja, also Moment, du wartest sowieso noch auf diverse Updates, die wir schon lange hatten, ne? Genau. Da ist halt eben sowas. Da ist halt eben die Kompensation für die Switch-Spieler nochmal um ganze Stückchen angehoben worden. Na okay. Sonst noch wer? Frohe Weihnachten. Ich habe eigentlich auch nichts. Genau, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten ist ein bisschen früh, oder? Sagen wir jetzt schon frohe Weihnachten? Weihnachtszeit fängt an, jetzt mit Advent, also. Ja, aber du sagst nicht frohe Weihnachten, das sagt man nur als erst, wenn Heiligabend ist, oder nicht? Ja. Eine fröhliche Weihnachtszeit? Das kannst du auf jeden Fall sagen, ja. Aber frohe Weihnachten, zumindest bei uns ist es reserviert definitiv nur für den 24-Nahaligabend, sonst. 25 und 26. Oder natürlich noch die ersten beiden Feiertage danach, aber sonst sagen wir eigentlich nicht frohe Weihnachten. Was man natürlich noch sagen könnte ist, dass die Leute anständig bleiben sollen und nicht zu sehr im Weihnachtsmarkt versacken. Na, das hoffe ich doch, dass die Leute anständig bleiben. Wie? Weihnachtsmarkt? Was? Was ist ein Weihnachtsmarkt? Nee, bei uns, bei uns ist das der Stadt, ist ja verbannt worden. Der ist jetzt irgendwo am Arsch der Welt nur noch zu kriegen, und da laufe ich dann hin. Deswegen ist für mich kein Weihnachtsmarkt mehr gegeben. Bei uns gibt es überall, in den ganzen Dörfern außenrum, in den Städten, überall gibt es einen Weihnachtsmarkt. Jo, wenn du da hindüsen kannst, das ist kein Problem, aber sonst, wenn du jetzt nicht gerade mobil bist, dann ist das Ding für mich gerade durch. Ja, ich komme auch mal nach dem Motto, ich laufe doch nicht von hier aus auf den nächsten Berg hin, um doch relativ Energie zu verbrauchen, nur um deine Bratwurst zu essen und wieder zurück zu machen, haben wir nach doppelt so viel Energie verbraucht, weil die Wurst wert war. Sag ich mir, nee, wird nicht passieren. Ja, ich esse jetzt nicht nur zur Ernährung, die Wurst, aber rein vom Ernährungsstandpunkt aus gesehen, macht das keinen Sinn. Und Glühwein gesund. ich fand es scheiße, das Glühwein muss noch mal dafür laufen, also ich kann ja nicht mehr rein. So für die Bratwurst auf dem Weg dahin zum Glühwein, da sag ich mir so wie, naja, das ist alles zu, vor allem muss ich ja dann, lass uns einfach nur so stehen, das ist einfach bescheuert gemacht, sagen wir mal so. Wie kann man die Stände nur so weit wegbauen von der Ecke, wo die Leute sind? Nein, das ist ja dafür da, dass die Leute nicht fett werden, ja, dass sie sich nur noch bewegen. Ach, das ist dummes Zeug. Das ist einfach so dummes Zeug. Weil jetzt, wo sie jetzt hin gebaut haben, ist es keines Fall, weil wenn die sagen, oh, ist aber sicherer da oben, sag ich mir, ihr habt vorher gigantische Betonquader hingetan, damit keiner mit dem LKW vielleicht die Leute platt fahren kann und das hat angeblich nicht gereicht. Und jetzt sagen die Leute, okay, müssen wir es alles verbieten. Die Betonquader, die wir liegen hatten, brachten DVD, da hat ein Panzer wieder gestoppt worden. Wenn ihr angeratet, als der gemütliche Weihnachtsmarkt. Ja, der war Fort Knox Weihnachtsmarkt. Aber weißt du, da habe ich irgendwie gesagt, so ein bisschen, wir hatten die Scheiben aber keinen Bock mehr drauf und deswegen hieß es dann, machen wir nicht mehr. Und ich so, okay, die haben alle, alles quasi, was aus dem Stadtzentrum am Weihnachtsmarkt sich drin erinnert hätte, alles weggetan und nur noch in der, quasi Oberstadt quasi existiert jetzt nur noch der Weihnachtsmarkt, wo du sagst dann, das ist völlig abwegig und weit weg vom Schuss. Warum soll ich extra da oben hinlaufen? Vor allem einen beschissen, steilen Berg, sag ich mir so, nee, wird nicht passieren, sag ich nur. Vielleicht brauchen sie ja einen Skilift. Ich habe keine Ahnung, nee, es ist alles zugebaut, da kommt ja keiner, da musst du schon im Auto hochfahren oder sonst irgendwas, also es ist dummes Zeug in meinen Augen. Ich meine, das kann man natürlich machen, vielleicht tue ich mich selber auch mal dafür, begeistert mal einfach hinzulaufen und zu sagen, mal gucken, wie die Wurst da schmeckt, weil der Stand, die gibt es ja nicht mehr, den ich toll fand, deswegen sag ich mir, cool, also mhm. Der hat die Zeit, kennt halt eben keine Gnade. Lass uns einfach so stehen. Danke für das Beifatung zu hören, das ist um gerade drei und Haken 54. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Kenji, wie gesagt, frohe Weihnachtszeit und man sieht sich sicher nächste Woche wieder oder hört sich. Ja, ich verabschiede mich dann auch. Ich darf ja nicht frohe Weihnachten sagen, also tschüss. Genau. Und ich sage einfach schon mal, wie war das? Guten Rutsch ins Neujahr. Frohe Ostern. Frohe Ostern, genau. Frohe Ostern, frohe Ostern und dicke Eier. Nein, aber man weiß ja nicht, genau, genau. Aber man weiß ja nicht, ob man sich noch dieses Jahr trifft, deswegen vielleicht schon mal frohes Fest und guten Rutsch wünschen, falls wir uns nicht mehr hören und wir sind dann mal raus. Bis die Tage und ciao.